Was geht ab man oder sie weiter oder hier und heute machen wir die neueste stage des neuen docker events von ultimate gohan wir wissen stage 3 ist hinzugekommen wie wir hier sehen Moment Boom Habe es einmal schon gemacht ich habe dann nämlich ein team getestet das würde ich gerne auch noch mal nehmen und zwar schauen uns erstmal die news dazu an Was kann denn diese ultimate gohan nun bei ultimate gohan ist so er hat auch schon zuvor auf der stage 2 die wir kannten Drei gewisse passive skills einmal Ultimate awakening Dadurch hat er irgendeinen schaden den er bekommen hat reduziert heißt er wurde tanky True power hat seinen eigenen angriff geboostet hat mehr angriff bekommen und energy eruption was auf dem schlagfeld die keys Zufällig verändert hat also die keys gemisch also zufällige keys ins schlagfeld gebracht hat quasi um es kurz zu fassen Super 2 ist jetzt die neueste stage hier droppen die medaillen sieben mal und hier hat er auch drei alle drei passes Die ich momentan vor gelesen habe Beziehungsweise vor kurzem Und Dennoch Dennoch gibt es Beziehungsweise diese charaktere hier die ihr aufgelistet seht Machen Beziehungsweise sorgen dafür Ich habe es gerade irgendwie sehr viel mit dem Beziehungsweise sorry Sie sorgen dafür dass sie die link skill ultimate awakening True power reduzieren beziehungsweise komplett deaktivieren Heißt wenn diese charaktere auf dem schlagfeld sind Macht beziehungsweise diese charaktere Machen dann mehr schaden gegen ihn Er ist nicht mehr tanky und sie verhindern seinen angriff boost Und deswegen wir sehen schon wirklich viele kit boost Und Wuhan fehlt hier zwar aber Der auch der link skill the wall standing tall Sorgt dafür dass die Link skills Besonders die Passive Von ultimate gohan Deaktiviert wird Und deswegen können wir auf jeden Fall ein extreme Intim benutzen Das ist sowas ich vorhabe auf jeden Fall Mit kitbu Wuhan Und Bukolo Hier ist der dude Deswegen schauen wir uns mal direkt Unsere friendlist an Ich hatte Glück wirklich dass da irgendeiner gepoppt ist Ein random aus der friendlist Oh da ist er Gott sei Dank SA3 macht nichts Meinen das dafür SA10 Unser Team sieht so aus Wir haben quasi wie gesagt Kitbu Wuhan Und Bukolo Die die Passive vom Gegner reduzieren Er ist nicht nur gerade weg Ich denke das sollte trotzdem reichen Er ist da um für ki zu sorgen Als Orb changer Tart sorgt ebenfalls für ki Heishan Sustan Sie ist auch nicht erweckt Macht auch nichts klar Sie soll auch nur für ki sorgen Denn wir wissen Kitbus Kitbu speziell hat Kaum Also was heißt kaum Nicht einen Links zu den ki gibt Items sind wir Dende Zemsubin Double Heal Ghost Usher Weil es in einer Runde werden wir Schwierigkeiten haben Und Icarus Also let's go Leute würde ich sagen Speziell mit diesem Team müssen wir natürlich ganz klar darauf achten Dass wir viele ki bekommen Vor allem dass Kitbu sie hoffentlich bekommt Aber Leute Ihr könnt auch denke ich mal Jedes andere Team benutzen Was heißt jedes andere Team Jedes andere 120% Team Ist auf jeden Fall machbar Wenn ihr ein 120% Team nehmt Neo Godly Team Oder natürlich ein Kategorie Team Ja mit dem Kategorie Team habt ihr es wesentlich einfacher Wenn ihr irgendein Kategorie Team bauen könnt Ein vollständiges Das heißt Ultron Sikoku Shadow Dragon Oder Fusions Solltet ihr auch wirklich Mehr oder weniger Nicht so viele Probleme haben Das sollte wirklich easy vorhanden sein Denn die Kategorie Also das ist das was ich meinte Wenn ihr dazu in der Lage seid Ein Auch nur ein vollständiges Kategorie Team Zu bauen Zu haben Dann schafft ihr wirklich damit Die meisten kommenden zukünftigen Events Aber Es ist auch wirklich sehr wichtig Wenn man auf solche Gegebenheiten achtet Das sage ich immer und immer wieder Bei solchen Dokkan Events In dem Fall Dass eben die Buus Mehr Schaden gegen Unseren Boy Gohan machen Und seine Passive deaktivieren Gut Schauen wir uns das Ganze mal an Das Ganze wird auch gleich erkennbar sein Nämlich Buu Sollte Orange aufpappen Das ist das Anzeichen dafür Dass Hier seht ihr es Dass seine Passive Dass sein Charakter Eben die Passive des Gegners Deaktiviert Okay Dementsprechend Haben wir jetzt schon für Key gesorgt Das ist sehr sehr gut Ich würde mal sagen Wir rotieren C13 raus Und Es ist wirklich in dem Team Wichtig Extrem Ein Team Dass sie immer darauf achtet Dass in den nächsten Rotations Ausreichend Key da ist Für die Buus Weil wir wissen Kid Buu und seine Keys Nämlich gar keine Durch die Passive Aber 641.000 Ah das ist der Friend Okay Hat mich gewundert Hat mich gewundert Das hat der Friend S auf SA3 Meiner ist auf SA10 Der wird auf jeden Fall Mehr Schaden machen Dann Sollt ihr dem Extrem Team Auf jeden Fall Dennoch Kid Buu und Buu In eine Rotation lassen Denn Sehen wir das Ganze mal so Kid Buu mit Tarns Hat nur 170.000 Angriffe Was heißt nur Aber mit Buu BOOM 224.000 Plus minus 224.000 Angriffe Hat er auf einmal Das ist halt Quasi dann Das Gute daran Dass Buu An ihn wirklich So gut wie fast Jeden Linkskill Mit ihm Triggert Und vor allem Fast jeder Linkskill von Buu Von Buu Sag ich Von Kid Buu Einen Angriffe Linkskill Oh da kommt Level 5 Dodge Nice Wie wird unser Schaden sein Das hat ein One-Shot Auf jeden Fall Mit der Konstellation Dass man Buuan und Kid Buu In eine Rotation hält 2 Millionen knapp Knapp 2 Millionen Schaden Gut Die schwierigste Runde Wird jetzt diese sein Da wir Typen Nachteil haben Deswegen solltet ihr Auf jeden Fall Aufpassen Lasst uns dann Ganz einfach Ja easy Easy mal Ghost Aussehen auf jeden Fall Denn in der Rotation Hat keiner Kid Und Zeitrotation Könnt ihr dann Beispielsweise In der Konstellation So Quasi Hit Buu mit Bukolo In eine Rotation halten Genau So die Kies sind wirklich Viele Würde ich gerne Behalten Für die nächste Rotation Für Kid Buu Und dann machen wir Das Ganze So alles klar Jut Okay wir haben Ganz da Typen Nachteil Unser Schaden Wird nicht so viel sein Auch wenn wir Passive Skill deaktieren Und wir Mehr Schaden gegen ihn machen Okay okay Die Trauerung von sich aus Sind gar nicht immer so schlecht SC3 Kid Buu Dieser Bukolo ist wirklich Nur darum Für Ki zu sorgen Beziehungsweise Dass er Daher auch die Passive Triggert Mit den Link Skill Und ganz wichtig Leute Kid Buu an sich Ihr braucht wirklich nur ihn Damit er Schon die Passive Skill Deaktiviert Bei Buu Han Buu Han Ist nicht Aufgelöchert Orange Aber Buu Han Hat den Link Skill Wall Standing Tall Heißt ihr müsst ihn Linken Heißt der Link Skill Wall Standing Tall Muss sich aktivieren Damit er Quasi Auch Die Passive des Gegners Deaktiviert Also Nicht nur Also nur weil Buu Han Nicht in der Liste ist Da wir am Anfang Gesehen haben Heißt das nicht Dass er nicht Vermett Schaden macht Sondern er hat Den Link Skill The Wall Standing Tall Und wenn ihr das In einer Rotation Linkt Dann macht er Natürlich auch Beziehungsweise Deaktiviert auch Den Schaden 2,5 Millionen Crits Das ist eben das Wenn man auf so Gegebenheiten achtet Klar 2,5 Millionen Crits sprechen Für sich Aber Das ist auch so viel Gerade 2,5 Millionen Weil eben auch Sich der Link Skill Gechuggert hat Und ihr seht es Jetzt Tut sich auch The Wall Standing Tall Orange einfärben Das werden wir Gleich bei Buu Han Auch sehen Das ist dann Ab der dritten Runde Immer der Fall Aber auch zuvor Aktiviert ihr Link Skill Also da Auf jeden Fall Keine Probleme Beziehungsweise Keine Bedenken Gut Die Runde wird easy sein Wir haben Typen Vorteil Okay 40.000 Okay Ist gar nicht mal so wenig Wenn ich ehrlich bin Ihr sollt auch Bei Ultimate Gohan Aufpassen Jedes Mal Wenn er Ultet Dann erhöht Seinen Angriff Und das bleibt Im Event Das ist eben Der Link Skill Mit dem Effekt Races Attack Beziehungsweise Boost Attack Attack Boost Genau Gut Und wir sehen auch Diese Buckelo Macht Für seine Verhältnisse Gut Schaden Wegen dem Links Wegen der Passive Auf die wir Da achten Im Dock Und jetzt sollten wir Auch sehen Wenn wir Bu Und Bu Han Paaren Dass der Wall Sending Toll Aufleuchtet Da haben wir es gesehen Im Hintergrund Hier sehen wir es Perfekt Und wäre immer gut Wenn Bu Han Die meisten Key bekommt Durch seine Passive Erhielt es ja auch Und bekommt Pro Key Gewissen Angriff Boost Waren das 12% Ich glaube ja Wir schauen gleich mal nach Aber es ist ein One Shot Easy Also diese Rotation Ist wirklich insane Kid Bu Mit Bu Han Ade Ach du Heiliger 3 Millionen 3 Millionen Crit Aber Hier müssen wir echt Aufpassen Leute Trotz Links Skil Aktivierung Und so Er macht wirklich viel Schaden Wir haben Full Life Kid Bu Team ist auch wirklich geil Ihr hielt euch immer Durch Links Skil durch die Ulti von Kid Bu Oder Bu Han Trotzdem habe ich jetzt Icarus aktiviert Weil Bu Han Wirklich sehr viel Schaden Macht Passt darauf auf Leute Und zu 13 Muss ich unbedingt Ulti Alles klar Das passt Da kommt schon die erste Ulti Heißt Ja je Weil wir jetzt den Links Aktiviert haben Aktiviert haben Deaktivieren wir quasi Sein Angriff Booster Das ist gut Aber wenn ihr das nicht habt Würde sie sich Sein Angriff Booster Also passt auf Und 71.000 Mit Icarus Das wäre weitaus mehr Das wäre weitaus mehr Schaden Wie ist unser Schaden Gegen ihn Oh 800.000 Mit SC3 Kid Bu Nice Okay An dem ist das geile Hier quasi Speziell in dem Event Seine Pass ist Dass er sich um 30% Glaube ich Healt An den Schaden Den er macht Er macht nicht viel Schaden Aber durch die Pass Dann quasi Doch ein bisschen viel Also heal Wir ganz gut Okay Jetzt ist interessant Kid Bu Braucht nur ein Key Perfekt Bu Han Soll die meisten Bekommen Zack Aber wir Gerade mal gucken Das waren glaube ich 12% Ja 12% Und 3000 HP Healing Und Tars Kann auch ulten Weil er eine High Chance Hat zu stun Und ihr seht schon Kaum Schaden Und ich denke Das ist ein easy One Shot Let's go Kid Bu The crazy Kid Bu Okay Fast Fast 1,9 Millionen Ihr seht also Kid Bu Macht wirklich Es ist ein Charakter Der viel Schaden Macht Er bekommt 170% Durch die Passive Wenn HP 30% Oder drüber ist 100% fix Und weitere 70% Quasi wie gesagt Wenn HP 30% Oder drüber sind Bu Han Bannet das ganze Leute Und wie gesagt So kann das ganze Auch laufen Mit so einem Team Wenn ihr auf die Passes Achtet Auf gewisse Gegebenheiten Des Dokkan Events In dem Fall In dem Fall In dem Fall war das The Wall Sending Toll Und die Kid Bu Charaktere Bu Charaktere Bu Kolo Und so fort Ich hoffe das Video hat euch demnach gefallen Leute Wenn ja Gebt dem ganzen Like Wenn ihr neu hier seid Subscribe Auf jeden Fall Lasst ein Abo da Aktiviert die Abo Glocke Damit ihr immer Bescheid wisst Was so abgeht Ansonsten wünsche ich euch Schöne Tage Da sind die 7 Medaillen Genießt eure Zeit Und wir sehen uns im nächsten Video Peace Peace